Die Albertiner und das Leopold-Museum stehen möglicherweise vor einer neuen Restitutionsklage. Die Erben des Kabarettisten Fritz Grünbaum wollen 14 Werke von Egon Schiele aus den beiden Museen rückerstattet bekommen. Zum Beispiel das berühmte Gemälde Tote Stadt 3. Es ist schon vor fast 20 Jahren in den USA beschlagnahmt, dann aber dem Leopold-Museum wieder zurückgegeben worden. Es stammt aus der großen Sammlung von Fritz Grünbaum, der von den Nazis zuerst enteignet und dann im KZ Dachau ermordet worden ist.